Hör auf, solche PowerPoint-Präsentationen zu erstellen, mache stattdessen solche. Zuerst füge abgerundete Rechtecke ein. Mache einen Rechtsklick und drücke auf Form formatieren. Gehe dann auf Bild oder Texturfüllung und füge Bilder ein, die zum Thema passen. Dupliziere dann diese Folie zweimal. In der ersten Folie wählst du alle Bilder aus und verschiebst sie nach unten. In der dritten Folie mache die Bilder kleiner und ergänze Texte zu den Bildern. Abschließend wählst du alle drei Folien aus, gehst auf Übergänge und auf Morphen. Und schon sieht deine Präsentation viel besser aus als davor.